hallo und herzlich willkommen zu gmf grillen mit freunden also wir fahren dieses mal sehr früh los einfach dass wir da sind dass man hänger abladen können dass man das auto ausräumen können und aufbauen können ich habe verdammt viel mit man sieht es hier es herrscht gehende lehre aber alles weiter alles weitere wenn wir angekommen sind in dornburg leute nach stundenlanger fahrt sind wir hier endlich angekommen und naja so von außen sieht es schon mal gar nicht so schlecht aus ich schwenke mal die cam rum ja was das da hinten sein soll weiß ich nicht hier haben wir eine schöne große feuerstelle da werden wir dann die feuerbrücke aufstellen aber das geil ja das ist das nebenhaus wo noch ein paar zimmer sind und das ist die dornburg das haupthaus gut ganz da oben wird man nachher grillen hier eben wie gesagt die feuerbrücke dann geht los jetzt schauen wir uns aber nachher drinnen auch nach oben dann hoffen wir mal dass es nicht außen hui und innen pfui ist was was naja auf der anderen seite darf man aber wer wieder scharf auf der anderen seite darf man aber auch nicht vergessen wir machen das komplette wochenende für 130 euro schlafplatz alles da und naja wir werden jetzt sehen also hier haben wir ok das ist dann die dusche von zwei jaja gut also da gibt es schlimmeres das kann man wochenende überleben so jetzt schon mal schauen wir weiter waschmaschinen haben die hier auch ok hilfe wo geht es hier hin also das licht scheint schon mal nicht zu funktionieren doch da flackert was also hier haben wir ein zwei bett zimmer ich weiß gar nicht was ihr habt da hinten ist noch mal eins ja 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 schauen wir mal weiter hier ist das große 2468 bett zimmer ja also wer hier jetzt rummosert naja ok hier hat schon sich irgendjemand eingerichtet wer ist hier herrin koala ok sogar eine toilette hier direkt neben der zimmer doch so bis jetzt finde ich das gar nicht so schlecht ein riesen dachboden hier ok also da kann man sich dann auch noch aufhalten hier also dieses haus finde ich eigentlich soweit ganz in ordnung geil nicht schlecht schau mal ins andere hier rüber auch noch mal so ein schöner platz ok und die tom's hütte steht da drüber so schauen wir uns hier mal um ja hier geht es in die küche so ok oh mein gott oh mein gott wer soll das alles essen du michi wir sind bloß 30 leute das wird knapp die schweiz haa vlaa sämtliche sorten welcher irre hat so viel brötchen eingekauft ich glaube ich spinn so also ich glaube es geht was machst du hier kartoffelsalat gut schön 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 jetzt weiß ich was ich vergessen habe ich habe keine fritteuse dabei hallo ok spülküche 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 hier sind ja die toiletten etwas moderner also gehört alles dazu ich weiß ja nicht naja gut eigentlich nicht unbedingt direkt an der küche angrenzend aber egal kleine aufenthaltsraum kleiner aufenthaltsraum ok wir werden ja eh meistens draußen sein ja ein paar kaltgetränke also am bier haben wir auch ein bisschen was da für die biertrinker definitiv noch ein aufenthaltsraum noch mehr fleisch ja so soll es sein aha budermilch aha da gibt es lecker schaschlik so das ist der große aufenthaltsraum ja da habe ich gerade schon reingefilmt ok klar alles auf die seite geräumt und hier haben wir natürlich noch was für die veggie gemeinschaft nein also wenn wir schon grillen dann wollen wir auch schön beilagen machen also ich glaube hier können wir was damit anfangen und da haben wir die zutaten für den björn tja ja die hinten eben noch mal eine toilette also ich hoffe euch gefällt es auch dass ich hier jetzt einen kompletten rundgang mache weil wenn wir es hier noch mal veranstalten brauchen wir ja natürlich auch dass noch ein paar leute mehr dazu kommen und ja da kriegt er natürlich die komplette übersicht so zimmer 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 welches ist das wer hat es noch keiner also finde ich auch eigentlich noch ganz in ordnung hier schläft alexander bürozimmer lass zu lass zu mach ruhig ok bürozimmer bürozimmer ok nächste zimmer natürlich auch wieder schränke mit herren ja und ich denke mal so zieht sich das jetzt hier komplett durch. Ja, hier ist Uferzimmer. Ah ja, okay. Und hier schlafen Michi und Schatzi. Okay. Ja gut, also was will man von Jugendhaus mehr erwarten? Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung, für Wochenende, für uns jetzt. Passt. Passt, einwandfrei. Was gibt es leckeres hier? Börbenhähnchen. Börbenhähnchen? Ja. Okay, wie funktioniert das? Hähnchen anbraten, Zwiebeln anbraten, ein dickes Stück Butter mit Börben ablöschen, die Brühe ablösen und dann auf Holzbrunnen. Okay. Oh yeah. Wär wieder scharf hier. Mann, was ist denn das? Ja, da freue ich mich natürlich jetzt schon drauf und ich werde jetzt weiter ausladen. Die Zimmerutensilien habe ich schon her draußen. Ja, und jetzt geht es mit dem Rest weiter. Ja, enttetrissen sozusagen. Im Hintergrund politische Diskussionen, aber das interessiert uns hier gar nicht. Ich werde jetzt erst einmal, ja, den Hänger oben aufmachen, die ganzen... Da hätte ich auch schon wieder angeschrien. Ich packe jetzt aus. Ja, Leute, ich habe halt hardcore draufgeschmissen und verschnürt, was das Zeug hält. Hilft ja nichts. Und... Na, die Gastasche wurde gefunden. Ist voll, gell? Gut. Ja. Abladen. So, Leute, hier das einzig wirklich wahre Tetris für Männer. Ähm, ja. Wir brauchen jetzt die Pococo X. Kann ich natürlich alles erst einmal ausräumen. So, ich denke, das wird uns auf alle Fälle ausreichen. Weil ich mache mir jetzt erstmal den Perkulator einen Kaffee. So, Freunde, es hat begonnen. Es hat richtig begonnen. Wir sind am Futter. Einen guten Appetit wünsche ich euch allen. Danke. Ihr habt ja alle zugestimmt, dass ich euch filmen darf. Ich nicht. Bis auf da, da schneidet man den Kopf weg. Ups, jetzt ist sie drauf.